Hallo Sani, oder Sani? Ich bin mir nicht sicher, egal, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Das Video ist für Sani, beziehungsweise Sani. Sani hatte gefragt auf RPGmaker-mv.de, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass die Textbox sich nach Abspielen einer Sounddatei automatisch schließt. Und mir ist da jetzt keine Event-basierte Lösung eingefallen. Darum habe ich ein kleines Plugin geschrieben. Genau, das könnt ihr dann in der Videobeschreibung runterladen. Das Ganze sieht dann so aus, die Datei. Eine JavaScript-Datei, die kopiert ihr dann einfach. Kopieren, geht dann in euer Projekt rein, unter Spiel, Ordner öffnen und dann in den Ordner JS für JavaScript, dann in Plugins und da kopiert ihr das Ganze einfach rein. Voice Acting heißt das dann. Gut, dann könnt ihr den Ordner schließen. Geht in den Plugin-Manager hier oben, in die oberste leere Zeile, doppelt klickt und stellt bei Namen, wählt ihr dann Voice Acting aus. Dann habt ihr das Ganze aktiviert, drückt auf OK und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich habe hier noch ein Parameter, ob das Voice Acting von Anfang an aktiviert oder nicht aktiviert sein soll. Und ich habe noch zwei Plugin-Befehle. Einmal, um das Voice Acting anzuschalten und einmal, um es wieder auszuschalten. Gut, wofür das Ganze dann gut ist, werde ich dann gleich demonstrieren, hoffe ich mal, dass ich das alles hinbekomme. Aber wir schauen einfach mal. Gut, übernehmen. OK. Wir werden jetzt als erstes mal einen Hund erstellen, der bellt. Den stellen wir einfach hier hin. Doppelklicken, Bild, wählen wir jetzt Nature, den Hund aus. Und Inhalte. Jetzt kommen wir zu den Inhalten. Wenn ihr im Plugin-Manager gewählt habt, dass das Voice Acting auf Off ist, müsst ihr das natürlich erst einschalten. Aber bei mir war es jetzt auf On. Also dann müsstet ihr auf Plugin-Befehle gehen, Voice Acting und dann einfach auf On. Muss ich aber jetzt nicht machen, deswegen breche ich ab. Was ich als nächstes machen muss, wäre dann auf der zweiten Seite SE abspielen, Soundeffekt abspielen. Und dann den Dock. Dock, 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 Dock. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören. Wuff, Wuff, Wuff oder Wow, 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 wie auch immer. So, und dann kommen wir zu der Textbox. Das ist dann einfach Text anzeigen. Wow. Fertig. Übernehmen. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ich gehe hin, spreche den Hund an. Und dann müsste sich die Textbox ganz von selbst schließen, wenn der Soundeffekt fertig abgespielt ist. Und das passiert auch. Ich rate euch oder dir, Sani, vielleicht am Anfang ein bisschen Leerlauf in die Sounddatei zu packen, damit die Textbox sich richtig öffnen kann. Weil jetzt hier beim Bellen zum Beispiel ist die Textbox im Grunde noch gar nicht richtig offen. Da ist sie schon wieder zu. Und es wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn erst kurz Leerlauf, dann das Bellen wäre, dann würde die Textbox erst auftauchen, dann wäre das Bellen zu hören und dann würde es sich erst schließen. Ich hoffe, du verstehst grob, was ich meine. Gut. Wie ihr gesehen habt, das funktioniert. Ich drücke gar nichts. Und die Textbox schließt sich. Jetzt möchte ich mal kurz noch was demonstrieren. Wenn wir Enter drücken, ich verwende jetzt mal eine längere Sounddatei, also das Fenster über Enter schließen. Da verwende ich jetzt mal diese Sounddatei. Und wenn ich dann das Fenster über Enter schließe, wird automatisch auch die Sounddatei beendet. Gestoppt. Zumindest sollte das funktionieren. Und das funktioniert. Und wenn sie durchgelaufen ist, die Sounddatei, dann schließt sich das Fenster automatisch. Gut. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder deaktivieren. Wie gesagt, einfach über dem Textfeld oder über dem Soundeffekt abspielen. Spielt keine Rolle. Also Hauptsache davor Plugin-Befehl und dann Voice Acting Off. Und dann müsste das Ganze eigentlich ausgeschalten sein. Hoffe ich zumindest. Und das Textfenster schließt sich nicht. Von selbst. Sehr gut. Das Ganze scheint zu funktionieren. Zum Glück. Sonst wäre das jetzt ein ganz schöner Vorführeffekt gewesen. Aber naja. Was will man machen? Genau. Das Problem ist nämlich, wenn wir das ganze Voice Acting jetzt nicht ausschalten. Und gar keine Sounddatei haben. Und jetzt irgendeinen Text. So. Zum Beispiel. Spielt ja jetzt keine Rolle. Ist das Problem, dass dadurch, dass keine Sounddatei da ist, er das Fenster natürlich sofort schließen wird, sobald der Text geschrieben ist. Und dann schließt sich das automatisch. Sobald der Text fertig geschrieben ist, schließt sich das automatisch. Deswegen wäre es sinnvoll, bei nicht synchronisierten Charakteren natürlich dann das Voice Acting auszuschalten vorher. Über den Plugin-Befehl. Voice Acting Off. Und dann kann man es direkt danach ja auch wieder anschalten. Dann vergisst man es nicht. Voice Acting On. Und fertig. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, dass das Textfenster sich nicht von selbst schließt. So. Und es schließt sich nicht von selbst. Gut. Das wäre auch schon mal abgehakt. Und dann hoffe ich mal, dass es jetzt funktioniert. Ich habe das jetzt nicht getestet. Aber ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Wir machen wieder Wow. Und wir suchen uns die Text... Oder wir machen Wow-Fragezeichen. Weil ich werde jetzt eine Frage stellen wollen. Wow. Und wir werden jetzt... Erstmal die Sound-Datei raussuchen. Sound abspielen. Doc wieder. Jetzt wird das Fenster ja nach der Sound-Datei geschlossen. Aber was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Auswahlmöglichkeit haben? Dann wäre das ja schlecht, wenn die Auswahlmöglichkeit mitgeschlossen wird. Und wir dann gar nicht auswählen können, ja oder nein. Vor allem bei kurzen Sound-Dateien wie dem Wow wäre das ja ganz schön nachteilhaft. Und deswegen bleibt das Ganze natürlich offen. Und schließt sich dann nicht von selbst. Und dann kann ich ganz normal Nein aussuchen zum Beispiel. Oder Ja. Okay, es sollte eigentlich soweit alles funktionieren. Falls noch irgendwelche Probleme auftauchen, Sani, kannst du dich ja privat bei mir melden. Oder im Forum unter dem Beitrag, den du gepostet hattest. Oder hier in den Videokommentaren. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal ein Abo da. Und die anderen bitte auch alle ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und einen Daumen hoch. Ich habe, wie gesagt, dann die Datei in der Videobeschreibung. Und ihr könnt das Ganze runterladen. Viel Spaß und Tschüssi. Euer Donfi. Bis zum nächsten Mal.